Ja, Himmelschäker, auch in allen Noten am Start gewesen. Das, was da oben auf der Haube guckt, dieses Horn, das ist die Ansaugung. Die hängt am Rüfer dran. Und die Haube hat so eine Öffnung dafür extra. Das gab es auch schon in den 70er Jahren. Deutschland weiter damit gemacht. Fertigigen, Fiat Ciccento Turbo. Fertigigen, Fiat Ciccento Turbo. Ich hoffe, er hat sein Problem und Gründen auch gelöst. Weil dann geht das nach vorne, das Teil. Herzlichen Dank. Fährt er eine 11,83 auf Bahnhof 2 gegen eine 14,51 auf Bahnhof 1. Ah Gott, Schneideform an, Klopfgrenze 16 V Töne in Ibiza gegen 1,9er Diesel in Ibiza. Jetzt gibt es eine richtig geile Zeit. Dieser kleine Serien-Ibiza da hinten hat beim Cash der Stefan Klaas mit dem Aventador Turbo rausgefeuert und den Tutta mit dem TTRS auch rausgefeuert. Also das ist ein wahnsinnig schnelles Auto. Fährt er eine 9,68 auf Bahnhof 2 gegen eine 13,75, genau so wie ich euch hören. Geile Sache, danke schön. Ja nochmal, GT3 RS gegen McLaren 570 S. Und Martin Schiermann steht im Vorstart. Der ist jetzt auch schon niedriger 10er Zeit gefahren. Drücke bitte an, es sind 10 Zweigäser gewesen. Fährt er auf Bahn 1, eine 10,96 gegen eine 12,09. Vectra A, 10,20 für die Tee gegen 10,20 für die Diesel. Achtung, wie da eine Schlange hinten stehen. Es ist sehr laut. Haltet euch die Ohren zu. Wirklich. Und ich habe euch alle bewahrt. So, der Elektra fährt hier eine 13,11 gegen eine 7,11. Und 10,0. Ja, Gott sei Dank. Ja, Hot Rod gegen Ford Mustang V8. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1 gegen Audi S6. Jetzt ist es interessant. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1. Und ich denke, der Speedster ist richtig schnell. Wenn da ein Mädel draufsteht, die wissen ganz genau, was sie tun. Dann darf das losgehen. Und zeigt dem Audi S6, was hier lang geht. Und fährt hier eine 10,7 V auf Bahn 1 gegen eine 12,02 V auf Bahn 1. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1 gegen E36. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1 gegen eine 12,51 auf Bahn 2. Ja, Trouble Team Meilen auf Bahn 1 gegen Polo 1 gegen Polo 1,3 Liter Turbo. Der Polo ist anrad angetrieben, der Polo ist frontangetrieben. Dank sehr, Shah. Danke sehr, Sie haben V8. Herr Fähler, dass sie mit einem Schussognick auf Bahn 1 gegen Regtes drehen? Oh Mann sollte keine Behörd? Bir leicht zu반igểure€, Wiener der Polo, wie wohl. Oder gar nicht, Junge? Ja, kommt zwei 186 vor, gegen BMW M140i. Fertig, auf Bahn 1, eine 12,07 gegen eine 17,43. Auch jetzt ist interessant, Mercedes E63 S AMG gegen BMW M140i. Mercedes E63 S AMG gegen BMW, das ewige Null BVB gegen Schalke, VW gegen Opel, Mercedes E63 S AMG gegen BMW. Schade, da ist irgendwas passiert. Der Mercedes wäre jedenfalls eine 11,16, durch der Hausgeräute 15,50 BMW. Der Mercedes E63 S AMG gegen BMW M140i. Ja, du schult équipierst du bist. Frankfurt M140i U Nordder So, Bahn 1 fährt hier eine 7,75 gegen eine 15,98. Ja, Golf 3, Bahn 6, Turbo gegen das VW Golf 7, GTD. Hier saßen wir so lange drin, Papa. Der Golf 3, VW 6, Turbo für eine 14,09 gegen eine 15,12, GTD. Ja, BMW gegen BMW. E36, Lübe gegen E36, Kompakt. Ja, hab ich gesagt. Alter, ich wusste immer, dass das eine Geile-Agentin ist. Aber woher die Siegerin? Nein, in Tschechien. Ja, in Tschechien. Ja, in Tschechien. Das ist schon ein bisschen exakt. Baby. Danke. 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 Das macht der Käfer. Fährt hier eine 13,73 gegen eine 13,83. BMW E36 Nimmung gegen Golf 5 GTI. Fährt hier eine 13,83 gegen Golf 5 GTI. Das war Van Brunen und ihr habt Applaus für verdient. E36 gegen Golf 5 GTI. Und diesmal funktioniert auch alles. Ferner auf Bahn 1, eine 13,60 gegen eine 14,65 auf Bahn 2. Es ist ein Shellbeat GT500 gegen den VW Typ 3. Es ist aber voll was hier beim Schad. Oh Gott! Ferner auf Bahn 1, eine 12,116 gegen eine 30,52 auf Bahn 2. Ich muss mir das mal genauer angucken. 340i, das steht doch noch groß drauf. Bündowel. Also, B58 Motor. Ja, Audi A113 TFSI gegen Golf 3 VR6 Tore. Der Golf 3 fährt hier eine 14,32 und der A1.